Prämissen Audit bedeutet, dass wir die Voraussetzungen überprüfen. Wir haben unser System implementiert unter gewissen Voraussetzungen. Rahmenbedingungen. Und wir überprüfen jetzt, ob diese Rahmenbedingungen überhaupt noch stimmen. Es kann nämlich sein, dass die sich geändert haben. Oder dass die eingeschätzte Entwicklung nicht so war, wie wir gedacht haben. Wir sind immer gestartet unter gewissen Voraussetzungen. Sie gehen morgens los unter der Voraussetzung, dass der Wetterbericht stimmt und es nicht regnet. Das ist eine Voraussetzung. Wenn Sie irgendwann am Absaufen sind, dann ist die Frage, stimmt denn Ihre Voraussetzungen? Offensichtlich in dem Fall nicht. So geht es Unternehmen auch. Man geht von gewissen Voraussetzungen aus. Vielleicht kommt aber, hallo da hinten, vielleicht kommt aber mal irgendwann eine Zufallsgröße. Die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten. Und bringt unsere ganze Planung durcheinander. Ich wette mit Ihnen, die Atomindustrie hatte ganz klare Strategien und Pläne. Und dann kam Fukushima. Alles anders. Ja, plötzlich alles anders. Das Ruder wird rumgerissen. Gesetze, die man vorher mit viel Trara den Leuten erklärt hat, wie gut die sind, sind plötzlich schlecht. Man macht plötzlich ganz andere Gesetze. Man dreht sich um 180 Grad und geht in eine genau andere Richtung. Das heißt, die Prämissen stimmen offensichtlich nicht mehr. Ja, dann kann auch der Rest nicht mehr stimmen. Das ist Prämissenaudit. Das müssen wir überprüfen ab und zu mal. Das ist für unsere Stärkung. Vielen Dank.